Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben genannt, Scorpion Plays, wie ich euch schon versprochen habe. Kommt heute das Video, wie ich am Monte-Turnier teilgenommen habe. Weswegen ich deswegen einen Strike bekommen habe, habe ich gestern im Video erzählt. Mit Solution war ich im Monte-Turnier, aber die Gameplays im Monte-Turnier waren so lala. Es gab eine Duo-Runde, danach eine Solo-Runde. Eine Sache dazu kurz, und zwar, falls ihr gameplaytechnisch nicht ganz zufrieden seid, kommt danach noch ein richtig korrekter Solo-Win. Auch noch in diesem Video, richtig nice Video. Lebt euch zurück, holt euch was zu trinken. Viel Spaß, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Let's... Digga, nach Lonely Lodge fliege ich nicht, weil Kamu da letzte Runde war. Ich schwöre, ich habe richtig Angst, dass er da auch wieder ist, Digga. Wo könnte man mal hingehen, hier? Wo, wo ich aber auch schon mal war vielleicht. Oder einfach nach Tilted, ein auf den, da geht nicht jeder hin, Digga. Ich glaube, ich gehe nach Pleasant. Scheiß drauf, Digga, ich gehe... Snobby. Komm, wir gehen Snobby, Digga. Scheiß drauf. Ach, Leute, ihr kennt das doch, Digga. Oder gehe ich hier... Nee, ich gehe Piraten-Chef. Scheiß drauf, ich gehe auf Risiko, Digga. Hier geht, als ob hier jemand hingeht, oder? Muss mich jetzt zusammenreißen, Digga. Okay, da ist schon mal jemand. Komm, gib mal eine Waffe her. Da habe ich doch direkt die MP gesehen, hier. Kein Leben verloren. Los, motiviert mich, Leute, für den ersten Kill, Freunde. Let's go, nice, GG, okay. Wie viele jetzt noch leben, das ist was ganz anderes, ne? Meine Hände schwitzen durch Gamer Grip. Erstmal ganz entspannt weiter looten. Digga, hier sind so viele Kisten, das ist echt gut, Mann. Jawohl, sauber, sauber, Jungs, sauber, Jungs, sauber, Jungs. Komm. Trampo ist auch am Start. Digga, hier ist der Loot halt richtig gut, ne? Oh, ja, Digga. Was mache ich, was mache ich, was lasse ich hier? Kamu ist tot, habe ich gerade gelesen. Somit ist es mein Win, Freunde. Was wir auf jeden Fall brauchen, Leute. Eier, wir brauchen Eier, Spaß. Holz, wir brauchen Holz. Da in die Richtung, ja, ich glaube erstmal hier rüber. Oh Gott. Er wird mich verfolgen, okay. Nasenblut ist am Start. Hinten ist einer. Die Fighten da. Auf jeden Fall assistiere ich hier gerade einen Kill. Fuck, 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 fuck. Okay, 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 okay. Digga, ich bräuchte halt ein bisschen nicht... Oh Gott, ich muss viel zu weit laufen, Digga. Ich muss jetzt so los, Digga. Warte, ist da oben ein Portal? Okay, der oben hat jemand ein Portal benutzen. Das ist gerade nicht gut. Deck mich mal kurz hier. Ich glaube, der hat mich ignoriert. Okay, da sind ein paar Pilze, die ich essen kann. Komm, hau mal jetzt Verbände oder Medi raus, Digga, komm. Ist auch gut, okay. Auch nicht genug Materialien und so, Leute. Ich glaube, ich muss rennen, Digga. Ja, Leute, ich go, aber nicht, dass ich sterbe. Lauf, Forrest, lauf. Ah, schade, Leute, belastend. Keine Materialien gehabt. Egal, zwei Kills, Digga, war okay. Dass der da auch noch aus der Zone kommt, Digga. Schade, Digga, wirklich schade, Mann. Oh, mein Gott, die Daumen halt, ey. Jo. Was soll denn, wo gehen wir rein? Ach, irgendwo oben hin, entweder. Wo gehen wir hin, Digga? Erstmal richtig schmutzige Camper-Hack-Schmeiß. Was soll bitte nach Risky-Reels schliegen? Ich war jetzt ernst da hinten hin. Wo ist das? Wo ist das? Da sterben wir nicht sofort. Vielleicht sterben wir nicht sofort. Ich war da vorhin, Digga. Das ging schon. Boah, ich komme gar nicht so weit, Digga. Das war es wieder komplett. Ich habe mich noch nicht umgedreht. Doch, hier ist einer. Oh mein Gott, hier ist einer, Digga. Oh, Marcel. Dumme Entscheidung, oder was? Scheiße. Nein, Digga, hey, wir müssen ja ein paar Kills eh machen. Digga, Danny, du musst mir helfen. Du hast eine Waffe, aber ich habe keine. Bruder, wo ist er denn? Ist er bei dir schnägt? Hier war ja auf jeden Fall jemand. Der baut hier, der baut hier. Warte. Der chockt aber, der spielt Gitarre, Digga. Nice. Das war der erste Kill. Ja, wie du ihn mir weggenaußt. Monta, schau mir zu jetzt sogar, Digga. Es ist Schicksal, Bruder. Es ist einfach Schicksal. Ach, jetzt schaut Monta dir zu? Ja, was heißt es ist Schicksal, Digga. Es ist Schicksal. Ich bin der. Es ist Schicksal. Digga, das wird zu legendärer Überchoke, Digga. Ich schaue es dir. Nach dem Überburner direkt einen Sieg holen, Digga. Was ist passiert? Digga, das Lustige ist die Story dahinter. Ich wollte online kommen, mit dir eine Runde Duo zu spielen. Das mache ich. Nur in einem Turnier in den 30.000 Leute zu gucken. Und dann auch noch direkt das bestmögliche Duo, Digga. Heute ist Weihnachten, ich schwöre. Ich habe ein Bindnis für dich, Mann. Ich teile brüderlich. Das kannst du bei mir im Übrigen nicht erwarten. Ich hätte mich sofort reingezogen. Auch schon, wenn ich 75 hätte. Ich schaue. Das wäre doch der einzige Kill, der glaube ich, Monta. Weil sie mich bewegt haben, dass sie mich gewährt hat. Vor allem, ich habe auch richtig getryhardet, Digga. Den eigenen Kill zu haben, Digga. Lass mal, wollen wir hier über Dingens rotieren. Über Risky. Über Dingens, meine ich. Über Lazy, meine ich. Wir sind hier Risky. Ihr werdet einfach 50 pro Kill, was? Ist hier schon 1.5 in meiner Tasche, quasi? Nein, nein. Das kriegst du nur, wenn du gewinnst, natürlich, am Ende, Digga. Wenn 50 pro Kill wäre, müsste Monta hier 64 mal 50 auszahlen, Digga. Oh, Goldene Desert Eagle, Digga. Ja, kann ich nicht mit anfangen. Ah, Kimbo, ist das nice? Ach so, wenn du eng hast schon. Also, lass lieber liegen. Boah, wie die reinschreiben, wo die anderen Leute gelandet sind. Lass das doch sein, Leute. Einer schreibt so, Kamo ist Lonely Lodge. Ja, als ob wir zu Kamo gehen. Ja, genau, das ist doch noch Lonely Lodge, Digga. Ja, gut. Das Ding ist, paar Noobs sind ja hier auch drin. In der Lobby. Also, paar... Paar Noobs? Ja, passt doch. Paar Subs halt, weißt du? Oh Gott, hier ist bei mir einer. Was? Bei mir ist einer, Digga. Bei mir sind zwei, sorry. Oh, Bruder, nein. Ich habe kein Material, Digga. Das war's komplett. Marcel, Marcel. Ich habe kein Material, das war's komplett. Marcel, stirb nicht. Ja, ich bin down, Digga. Ich werde offen geschändet, Digga. Scheiße, ich scheiße auch nicht, Bruder. Was los? Ja, ich hab sie geweckt. Was? Was? Bruder, the kid. Was, Digga? Digga, ey, ich schieße... Renn, 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 renn. Das hat er nicht gemacht, Leute. Ich hole dich, Digga, ich hole dich, normal. Digga, no way, Digga. Ey, ich schieße... No way, Danny. Und sagst so, scheiße auf dich, so mäßig, weißt du. Dann sehe ich so... Digga, das hast du nicht gemacht, Digga. Das hast du nicht... Du hast nicht den Down-E-Clay mit dieser scheiß Nate geholt, Digga. Das ist halt wie Fahrradfahrt, ne, Ford. Ey, Leute, der hat mich so gesaved, Digga. Das ist so krass. Digga, das war so krass. Ich hab alles zum Hirn, ich hab alles zum Hirn, Digga. Nimm dir die blaue AR hier als Belohner, äh, Dinge. Ja, ich hab mir hier schöne Fahrrad gesneakt, oder? Ach so. Ich hab so gefletchingert, Digga. Das ist so typischer Solution-Move, Digga. Wenn's um was geht, so wie erzählt das damals. Wenn's um was geht, dann ist er sofort da, Digga. Ich riech die Scheine, Bruder, ich riech die Scheine. Digga, warte mal, Danny, wir trennen uns grad zu sehr. Wobei, eben hast du die Trennung ja auch perfekt gelöst, Digga. Ähm. Digga, was ist das? Alles ganz neu hier, ja, moin. So ein Golfbild. Ich choke hier wieder. Mann, vorhin hab ich noch gut gespielt, Digga. Jetzt eine... Ich komm nicht mal hier hoch, Digga. Ich komm hier nicht hoch, ich schwöre. Oh, das klaut Fiesta-Team. Ohne Sniper, Mann, geil. Digga, was für ne schwere Geburt hier hochzukommen, ich hab keine Ressourcen, Nick. Da oben ist einer auf dem Berg, in, ähm, SW, SW, aber der läuft weg, vielleicht hat er uns nicht gesehen. Ja, wir müssen einfach wie richtige Bitches spielen, Hauptsache bis zum Ende kommen, weißt du? Was? Auf dem Berg da oben ist einer, ich weiß nicht, ob jetzt hat er mich safe gesehen. Oder auf die Karte, nein? SW, SW, der ist halt safe hier. Das Ding, die können uns halt auch absolut Stream snipen, ne? Oh, ja, ja, mach das, glaub ich. Er ist hier oben, mein Baum, weak, Digga, ich schwöre, er ist weak. Oh mein Gott. Er finischt mich. Oh mein Gott, Digga. Digga, das war's wieder completely. Auf jeden Fall sind wir nicht allein. We are not alone. Wo bist du, Digga, da? Sehr gut, freut mich, Digga. Mein Name ist Marcel. Ups. Nein, 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 nein. Alter, Leute, was ein Start, ey. Digga, das war aber hier Struggle-Muggle, Digga. Mmm, leckerli. Wenn man Dusty geholt hat, hat man immer so eine nice Position auf der Map, finde ich irgendwie. Was mir noch fehlt ist, was ich immer merke, bei Bauduellen, ich komme zwar hoch, aber ich komme dann am Ende nicht mehr klar. So, fliegen wir mal Richtung Tilted. Als ob wir jetzt gerade die neue Runde starten. Alter, Digga, was ist da los, Digga, was? Aim war komplett Tilted. Die Runde stöpig food ist, aber kein, das sowas, ähhm. Wenn es jemand Perché isso gibt, wo wir nicht machen, was ich vermaki. Jung Okay Freunde, der Struggle ist real. Gleich keine Mads mehr. Den kill ich ihn jetzt einfach. Ich habe keine Materialien, Digga. Nice, wie der Loot hier aber auch zu mir gefallen ist, Leute. Ehrenloot. Lauf, Digga. Lauf, doch, Mann. Ziemlich große Zone für nur so wenige Spieler. Ich habe halt nichts zum Healen, gar nichts. Oh Gott. Freunde. Da, mit dem Dach. Mit dem Jumppad. Okay. Let's go, baby. Ahh, schön. Bis zum nächsten Mal.